Ein bisschen Abkühlung bei der Hitze. Was gibt's Schöneres für diese kleinen Entenküken aus Aachen? Nur Adoptivmutter Henriette will's und kann's nicht vormachen. Enten und Henne, Henne und Wasser, passt alles nicht so richtig zusammen und funktioniert trotzdem. Wir sind bei einer Familie im Garten ausgebrütet worden. Die Mama hatte einen kleinen Unfall mit einer Katze und ist weggeflogen und leider auch nicht mehr wiedergekommen. Und wir haben einen Huhn, das schon so lange auf Eiern sitzt, ohne Erfolg zu haben. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, den kleinen Neus zu Hause zu geben. Und Henne Henriette lässt ihre Babys nicht mehr aus den Augen. Dass sie etwas anders aussehen, egal. Und die Entenküken, für die ist Henne Henriette wie eine echte Entenmutter. Henriette hat ihre Entenküken voll im Griff. Und Sprachprobleme gibt es offenbar auch nicht. Schnattern oder Glucken, völlig wurscht. Deswegen heißt die Glucke, Glucke, weil sie dann diese Gluck-Geräusche macht. Gluck, Gluck, Gluck haben die Kleinen schon verstanden.